Mitte oder vielleicht auch gegen Ende April 1939 trat ich eine neue Arbeitsstelle an. Dies war im Steinbruch des Georg Vollmer in Königsbrunn. Der Hauptgrund, warum ich mich dort um Arbeit bewarb, war der, dass ich mir dort Pulver für den geplanten Anschlag beschaffen konnte. In der Stunde verdiente ich dort während der Trauer meiner Beschäftigung 70 Pfennig.